Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1934-Qualifikation. Frankreich musste lediglich ein Spiel absolvieren, um sich für die WM-Endrunde zu qualifizieren, weil die ersten beiden der Gruppe 8 an der Weltmeisterschaft teilnehmen durften und Luxemburg nach zwei Niederlagen als Gruppennetzter feststand, so dass das letzte Gruppenspiel zwischen Deutschland und Frankreich abgesagt wurde, weil es lediglich noch über deren Platzierung entschieden hätte. Luxemburg, Luxemburg, Frankreich 1 zu 6 Die Tore für Frankreich erzielten Jean Nicolas, Alfred Aston und Ernest Liberati auf Seiten von Luxemburg traf Theophile Speicher zum zwischenzeitlichen 1 zu 2. Französisches Aufgebot Das Auswahlkomitee des Verbands Federation Française de Football unter Federführung von Gaston Barrow nominierte folgende 22 Spieler. Fehlende Angaben zu einzelnen Spielern werden nach weiterer Recherche ergänzt. Spiele der französischen Mannschaft Noch fehlende Statistik und Spielkurzbericht folgen in Wälde, Achtelfinale Frankreich, Österreich, Österreich 2 zu 3 N.V. Am 27. Mai im Stadion Mussolini von Turin vor 15.000 Zuschauern S.R. von Morseil, 1 zu 0 Nikolas, 1 zu 1 Sindela, 1 zu 2 Schall, 1 zu 3 Bikan, 2 zu 3 Ferriest